Und einen wunderbaren, wunderschönen, großartigen, herzlich willkommen zum Livestream. Wir spielen eine Runde, mann. Natürlich, Gamepad anschließen. Wieso? Ein Schmisch. In 200 Millionen Jahren hat einen Tag 25 Stunden. Au! So lange warte ich jetzt. Okay, hab kein Wohmungsammer. Zockst du heute, mann noch? Natürlich. Ich fange jetzt an. Ich dachte, wir gucken zusammen das TV-Duell. Was ist denn für ein TV-Duell? Hab ich schon irgendwas nicht mitgekriegt? Oder ist das hier, Frau Merkel tritt gegen irgendeinen anderen an, der eh nicht an die Macht kommt? Oh, ey, wie sieht's eigentlich mit deiner Freundin mit roten Haaren aus? Alter, wie lange warst du denn hier im Stream? Das hat sich doch schon alles gegessen. Die ist doch schon halb rot. Also die ist mehr... Ich finde, sie ist lila. Aber wer bin ich, um sowas zu entscheiden? Sie sagt, es ist rot. Ich sag, es ist lila. Also, hab ich natürlich Unrecht. Und es ist rot. Okay? So ist das halt. So. Kansas City Chase. Gegen was haben wir... Irgendeine Patriots? Ja gut, das ist natürlich ein ungleicher Kampf. Aber ich will die Patriots nehmen. Und, ähm... Skill Level. Rookie. Da lache ich mich ja tot. Pro bin ich hier. Obwohl, ein All... Soll ich mal ein All-Pro probieren? Weil wir haben letztes Mal in der Pro gespielt. Und da hab ich natürlich auch gewonnen. Weil ich halt einfach auch übelst gut bin. Das ist halt klar, ne? Ich würde jetzt einfach mal aus Spaß All-Pro probieren. Und dann werden wir ja sehen, wie lächerlich ich mich jetzt mache. Aber dann haben wir uns auf jeden Fall eingependelt. So, Schnuggis. Es geht los. Ey! Scheiße. Okay. Es ist... Es war nicht klug. Es war jetzt schon weiter. Marni, ich frage mich, ob ich mir Uncharted Lost Legacy bestellen soll. Oder ob ich mir Tuker 18 vorbinde. Also bei der Entscheidung muss ich einfach mal sagen Tuker 18. Ähm... Weil... Uncharted ist zwar geil. Aber es ist sehr kurz. Also es ist wie mein Penis mal wieder. Deswegen würde ich eher sagen, Uncharted... Was ist das für eine Schwierigkeit? Die fangen immer... Ja, immer noch keine Interceptions. Das ist All-Pro. Das ist... Ich f***e Martin an alles. Der Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott, Petroids, die Abo. Ey, ich spiele hier das Opening-Spiel für das Dings. Das war nicht meine Entscheidung. Ich spiele hier das erste Spiel der Season. Oh! Durchgebrochen! So wie meine Freude, wenn ich mal einen Schwengen reindrücken. Also bei der Playstation... Sehe ich das noch nicht. Aber bei der Xbox würde ich es halt gerne machen, weil ich halt wirklich diese erste... Xbox One habe. Also diese fette, die doch aussieht wie ein Videorekorder. Was ist ein Videorekorder? Alter Mann, erkläre uns von einer Zeit vor dem Krieg, was ein Videorekorder ist. Oh ne, macht doch nicht so eine Scheiße. Sagt auf, euch die Punkte hier zu legen. Pfeife! Pfeife! Absolute Pfeife! Der war echt schwein. Ey, ich war jetzt auch ein bisschen überfordert. Ich hab mich täuschen lassen. Langes Ding! Yo! Der war geil. Jetzt läuft doch der Laden. Man muss erstmal kurz hier reinfinden. Erstmal seine Mitte finden. Und dann los! Yo! Haha! Sauerhaufen! Aber Arnold ist fast da. Muss ich jetzt mir erzählen. Das hat der gute Hogan für uns rausgeholt. What you gonna do when the final is down? Run to high home, yo! Ja gut, jetzt muss natürlich auch dazu kommen, dass ich das noch nie gemacht habe. Und ich einfach eben, einfach nur gegen meine eigenen Typen gegengelaufen bin. Ja gut, äh... Ich schaff das. Welche WVW-Womans würdest du flanken? Welche würde ich nicht flanken? Naja, Jax würde ich vielleicht nicht flanken, aber alle anderen? Können wir auf jeden Fall mal kurz Hallo sagen. Erstmal ein schöniger Stream von hier im Start. Hab mir vor, gestern den Fuß verstaubt und kann nicht auftreten. Ansonsten schönen Abend noch. Ansonsten schönen Abend noch. Ja, ich kann nie wieder gehen. Ansonsten schönen Abend noch. Ja! Ja! Oh, sehr schön! Unser, mein Freunde! Unser, mein! Naja, schön ist nicht, aber... Hadi, pass! So, Freunde! 10 zu 0! Jetzt kommt ihr! Von wegen dieser Penner, der kann ja gar nichts. Der kann ja noch nicht mal auf All-Pro spielen. So, jetzt kommt ihr! Ich setze das Spiel noch auf absoluter Meisterprofi und ficke den Kopf wieder weg! Und wahrscheinlich spiele ich, denke ich, irgendeinen von euch 80 zu 0 von oben. Ja! Sehr gut! Man muss sich auch mal über kleine Sachen freuen, ja? Jedes First Down sorgt dafür, dass ich die N***er fisse. Es ist so. Und im Moment leg ich auch noch vor. Also ist doch alles gut. Ah! Das machst du nicht nochmal, Freunde, Lade. Das machst du nicht nochmal, Dwayne Johnson. Das machst du nicht nochmal, Dwayne Johnson. Ups! Ups! Nein, du Vollhonk! Bist du bescheuert, oder was? Was war das denn für eine Scheiße? Ich dachte, du bist Profi! Also, das war ja nun wirklich nix. Das war nix. Also, du kannst auf den Drachbrügel in der Umkleidekabine freuen. Oh! Oh! Nein! 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 Bist du bescheuert, oder was ist das für ein Kansas-City-Touchdown? Oh! Vor allen Dingen, das ärgert mich auch nur, also auch gerade, weil hätte ich diesen Spieler nicht angewählt, hätte der den einfach, hätte der den geblockt, wäre alles gut gewesen. Aber nein, weil ich den Spieler angewählt habe und damit ein kurzes Stehenbleiben, nicht wild manuell wechseln, schreckt Tommy. Weißt du, weil ich nämlich den, das heißt, ich weiß selbst die Scheiße, die ich baue. Was das eigentlich nur noch schlimmer macht. Scheiße, wenn die von da kicken, dann kriegen die drei Punkte und dann ist Ritze. Und dann ab, ich fiffen, dann habe ich verloren, Scheiße! Was ist denn das für ein Kack? Oh, fuck! Ja! Sehr geil! Danke, Tommy, für den Tipp! Dankeschön! Meiner! Sehr geil! Ey, ich muss das wirklich mehr spielen. Dann wird das auch was. Das war wieder den Scheißen. Er ist noch da, ist er! Oh! Ja! Lauf! Lauf, Junge! Du bist gut! So macht man das! Buh! Sehr schön! Bam, Alter! Da guckst du, Dickerchen! Von wegen hier meinen schönen Kicker hier noch irgendwie. Nichts ist! Alter! Das war ja hier echt eine kranke Scheiße! Ja! Uh, uh! Warte! Touchdown! Ja! Alter! Sehr gut! Sehr gut! Ja! Jawohl! Touchdown! Der hat sich da einfach nicht umrammeln lassen. Da ist er weiter durchgegangen. Da kannte er nix. Sehr schön! Dann stellt euch also nochmal schön auf, Freunde! Stellt euch nochmal auf! Drei, zwei, eins! Und das zweite Spiel heute auf All Pro gewonnen, Freunde! Gewonnen! Das ist Schock! Das ist Schock! Ist so! Gut! Okay, Freunde! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Und Tschüssi!